Ja, ihr Lieben, ja, der HSV hat wieder mal gewonnen. Ja, prächtig. Ja, hier fliegt jetzt irgendwie eine Fliege rum, keine Ahnung was, wahrscheinlich ein Zuschauer, der einen Kommentar absetzen wollte. Nein, scherz beiseite, der HSV hat jetzt zum dritten Mal in Folge gewonnen, beziehungsweise ohne Gegentor. Und das muss man sich erstmal vorstellen. 13 Punkte jetzt in der Tabelle, in der zweiten Liga, ja, aber wenn das so weitergeht, dann fürchte ich, nein, dann freue ich mich auf einen Aufstieg. Ja, HSV, ihr macht das super klasse. Das letzte Mal hatte Jatta Tor geschossen und wie gesagt, die Tore fallen so, wie sie fallen, aber der HSV gewinnt im Moment nur noch. Und ja, das ist so, wie wenn du beim Auto, mit dem Auto fährst durch die Stadt und hast grüne Welle. Es ist wirklich geil. Und hier hat man wirklich die blaue Welle. Oh, nur der HSV und ich finde es geil. Ja, könnt mal gerne kommentieren. Seid ihr HSV-Fans, seid ihr nicht HSV-Fans? Auch die nicht HSV-Fans dürfen kommentieren, ob ihr Verein jetzt im Moment so gut drauf ist wie der HSV oder was ihr Verein verbessern könnte. Und auch die HSV-Fans natürlich dürfen hier kommentieren, selbstverständlich. Ihr seid herzlich eingeladen. Was ihr noch verbessern würdet, anstelle des Trainers oder anstelle der Mannschaft oder von der Spielweise etc. Also wie gesagt, ich kann sagen, die letzte Zeit, also früher, also vor ein, zwei Jahren war der HSV nicht so gut drauf. Und jetzt ist der HSV besonders gut drauf. Und ja, doch, es liegt auch am Chef einer Firma, wie die Mitarbeiter arbeiten. Ist der Chef nicht gut, dann werden die Mitarbeiter auch keine vernünftige Arbeit leisten. Wenn der Chef aber auf den Tisch schaut und sagt, so jetzt packen alle mit an, dann geht es nach vorne. Und ich denke, das macht der Trainer gut. Ich denke, er hat aus der Mannschaft das gemacht, was eigentlich schon lange fällig war. Ja, wie seht ihr das? Kommentiert hier, abonniert mich, nur der HSV.